Moin so meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth. So, ich habe meine Niederlage von gestern, da haben wir diesen Boot ein wenig überwunden. Aber was heißt Niederlage? Ähm, wenn ich Glück habe, sind die ganzen Sachen ja noch drauf. Echt, ist ja noch alles da. Schauen wir einfach mal. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Axt. Ich will eine Axt machen, damit ich das Bötchen bauen kann. So. Zeige ich dir mal. Hm, die Steinaxt, haben wir sogar alles dabei. Perfekt. Gut. Dann. Ah, ist er auf A2, auf A3? Das ist der nicht. Momentchen mal. Ich möchte gerne die Axt hier haben. Der Steinsteiner ist sowieso für ein Arsch. Also, was soll man damit? Kurzer Fuchs ist verdorben und wurde zu verdorbenen Essen. Okay, hinzugefügt, verdorbenes Essen. War auch kein Mensch. Verdorbenes Essen. Ja. So. Und bauen. Hey, geschafft. So, jetzt erstmal die Kontrolle. Ach, es ist alles noch da, Gott sei Dank. Und hier ist die Axt. Und die Axt. Ach. Okay, ist hier auch ein verdorbenes Essen? Nope. Hier schon. Oh Gott, fünf Stück sogar. Hm. Warte mal. Den Scheiß schmeiß ich darüber. Die wollte ich ja behalten. Das auch. Hier ein Kurzohrschwanz. Den könnte ich noch brutzeln. Hm. Hm. Okay, dann. Lass uns nochmal zurück. Schnelle Kurzohrschwanz brutzeln. Vielleicht haben wir ja noch Glück und da bleibt noch was. Mach mal an. Eins, zwei. Anmachen. Sehr schön. So. Und den da drauf. Oh. Regen ist vorbei. Ich glaub's ja nicht. Hab ich noch einen? Na komm, dann machen wir den auch. Keiner mehr. Okay. Das haben wir nicht mehr. Was ist das? Ach, Stück roher Fisch. Hier steht's doch. Besoffen ist er auch noch. Was ist das? Ah, von der... Okay. Eier haben wir nicht. Also Vogeleier haben wir nicht. So, dann mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier? Moppelkotze haben wir? Ach, hier ist er. Sehr gut. So, einmal die... Scheiße hier weg. Oh, der liegt da richtig rum. Okay. Mal gucken, wann der Kram hier endlich vergammelt. So. Hier kann's... Na ja, erstmal liegen bleiben. Vielleicht schmeiß ich das... Ja, da hinten schmeiß ich's mal. Ist doch voll eklig hier. Liegt alles mitten im Weg. So, das Ding nehmen wir auch. Die Schultern war auf. Die Chili. Ich glaub, Chili schmeiß ich mal hier drauf, hör. Ja, gut, da kann er gucken. Und hier in die Ecke kommt die Moppelkotze. Ist ja widerlich. So, und das Ding weg. Okay. Ist das ekelhaft. Aber da kann's liegen bleiben. Da stört's mich nicht. Da stört's niemanden. Okay. Das Ding ja kaputt machen. Finde ich so aus, oder? Na gut, treffen tue ich schon. Aber passiert nischt. Okay. Hm. Das Ding hier haben wir gebastelt. Wie viel Trinken ist drinne? Ah. Nehmen. Genau. Mit was kann ich das denn nehmen? Mit Kokosnuss. Einmal schauen. Kokos. Das wollen wir nicht. Das ist ja das Essen hier. Hm. Ressourcen. Gibt doch bestimmt irgendwo so... Flaschen oder Gebäude, Maschinen, Haus, Schiffe. Kokosnussgefäße ist bestimmt das Teil. Da brauchen wir ein Seil für. Teil aus Häuten. Oh, brutal. Okay. Dann nehmen wir nochmal so ein... ...einen Kollegen hier. Der ist er nicht. Und die hier. Auch nicht. Aber hier. Hey. Habe ich die alle nicht mehr. Autsch. Was geht denn hier ab? Nein. Die hat noch nix. Und wie schaut's hier aus? Die hat. Einer reicht erstmal. So. Nun. Wollte ich ja... Warte. Die Kokosnussflasche. Wo war das? Ähm. Hier. Andere Gegenstände, ne? Aber nein. Moment. Die Kokosnussflasche habe ich doch schon gemacht. Das hätte er mir doch anzeigen müssen. Der zeigt mir doch dann nur... ...sachen nicht an... ...die ich noch nicht habe. Händchen mal. Heimsaftsammler. Ja. Das Ding haben wir ja schon. Wo... ...mach ich das rein? Wo kommt das rein? Alkohol. Ja. Nein. Da nicht. Wollte ich jetzt mal behaupten. Ähm. Ja. Moment. Äh. Bin ich denn hier? Ach da. Ah. Komplett verloren gerade. So. Lass mal schauen. Gehälter zum Tausch auswählen. Ja. Aber was ist es denn? Was ist das hier? Was ist das vielleicht doch diese Kokosnussflasche ist? Die da? Komm. Wir probieren es einfach aus. Ich brauche eine Kokosnuss. Habe ich noch eine dabei? Habe ich. Okay. Dann mache ich mal eben eine. Wo genau war das nochmal? Heimsaftsammler? Das hier. Oh. Ja. Oh. Ich habe das Seil noch nicht hergestellt. Tö-dö. So ist das. Hier. Tag. das Seil herstellen. Und dann das Ding herstellen. So, nun bin ich mal gespannt. Ob das geht. Wenn nicht, habe ich so... Ey, es geht. Ach so. Ah, okay. Einigermaßen. Ist in Ordnung. So. Hier sieht es ganz schön katastrophal aus. Aber für den Anfang reicht es. So, jetzt... Ja. Müsst ein paar mehr Flaschen machen, nicht wahr? So, fünf, sechs Stück. Auf jeden Fall. Halliopp. So. Was haben wir denn jetzt hier? So, das ist ja auf meiner Seite. Hier sind diese Kokosnüsse. Okay, das... Die Dinger. Davon müsste ich noch ein paar mehr reinpacken. Damit wir sowas hier alles machen können. Die Axt ist da. Die Axt ist da. Hoppala. Gut. Dann. Das Ding packen wir nach da oben. Das Ding auch. Damit wir hier so ungefähr wissen, wo was ist. So. Und hier hin. Okay. So. Was machst du da? Dann gehst du da hin. So. Kokosnusswasser. Da blieb mir jetzt ja nicht wirklich was anderes über. Kommst du noch nach da? Du noch da. Du noch hier unten. Ja. So ist besser, oder? Ich muss das ein bisschen sortieren. Sonst werde ich verrückt. Sonst werde ich wirklich irre. So. Komm. Wir packen da jetzt mal so zehn Stück rüber. Hätt. Einen möchte ich wieder haben. Zehn habe ich gesagt. Übertreib. Boah. Was ist denn hier los? Okay. Den Mist muss ich jetzt auch mal loswerden. Tididih. Tididih. Nee. Jetzt schmeißen wir da oben auch hin. Hallo Chili. Wupp. So. Fallen lassen. Den Müll. Das hier ist auch. Im Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Schildkrötenpanzer. Was macht man denn aus dem? Schildpad. Mörser. Schildpad. Was ist das denn? Werkzeug zur Herstellung von Medizin. Natureffizienz. Kann aus Schildkrötenpanzer. Kann aus Schildkrötenpanzer. Und einem Holzgriff hergestellt werden. Ah ja. Okay. Schauen wir mal hier rein. Hier schreit er uns relativ groß an. Krankheit widerstehen. Gift widerstehen. Ähm. Könnte ich das hier nehmen? Kostet zwei. Okay. Nicht so gut. Das wird alles dann zwei kosten hier. Was haben wir hier? Alchemie. Scheiterezepte. Allerheilmitteltrank. Nope. Besserer Schlaf. Krankheit widerstehen. Na komm. Machen wir das. Boah. Sag da. Einfach so. Okay. Das hätten wir. Tagebuch. Liste verschiedener Künste. Feuer machen. Okay. Brauchen wir nicht. Klar. Und raus hier aus der Grütze. Okay. Keine Axt haben wir da. Haben wir hier dann noch irgendetwas, was wir da mit hinnehmen müssten? Ja. Ah ja. Die sehen schon fast gammelig aus. Aber lassen wir erstmal drinnen. Das Ding hier würde ich gerne reparieren. Und hier nehmen wir nochmal zehn Stück mit. Und nachher flitzen wir los und holen nochmal ein paar. Wir haben nämlich noch lange nicht alles fertig. Eigentlich hatte ich euch ja auch gesagt, ich mach das so nebenbei. Ja. Aber ich bin jetzt wieder total im Zeitdruck zu Hause. Dass ich überhaupt nicht dazu komme, so zu spielen und das alles vorzubereiten. Ja, das ist echt grauenhaft. So. Du kannst rüber. Den lassen wir hier irgendwo. Habe ich hier was zum Anzünden von Holz? Das sieht nicht so aus. Komm, dann den Kram rüber. Lange Stöcker. Haben wir nicht. Und da werde ich dann... So. Warte. Wie viele Speere habe ich denn jetzt eigentlich schon hergestellt? Das weiß ich gar nicht. Ich habe da jetzt gar keinen gesehen. Genau. Es hat nämlich, glaube ich, irgendwas wieder gefehlt. Kann das sein? Irgendwas war da, was wieder gefehlt hat. So. Ah. Hier scheint jemand zu grillen. Es riecht schön nach Grillfleisch. Oh. Da wird man doch direkt schwach. So, was will ich denn hier? Nix will ich hier, oder? Obsidian-Säge. Ja, die... Das Ding hätten wir, aber... Nö. Kupferspitzhacke, Kupferschaufel. Kupfer-Axt, Kupfer... Hammer. Kupfer-Messer. Okay. Ah, die Angelrute, die bräuchte ich vielleicht auch irgendwann mal. Kupferbarren. Hahaha. Okay, das Zeug habe ich mittlerweile. Kupfernadel habe ich nett. Finde ich die, oder kann ich die herstellen? Das ist Harpune. Mal kurz hier gucken. Gucken. Noch eine Messerklinge. Wie geht denn das Ding? Mit drei Knochen. Hammer, Haltbarkeit, fünf und normale Werkbank. Ich habe doch irgendwo Knochen, oder? Ich habe doch einen Knochen. Ah, wie niedlich. Hier sind sieben Knochen. Haha. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich gebraucht habe. Hammer. Moment. Hammer hatten wir auch irgendwo. Ah, im Inventar. Perfekt. Hoppala. So. Was wollte ich machen? Knochenklinge irgendwo, ne? Hier. Knochenmesserklinge. Okay. Was machen wir denn jetzt damit? Ich mache nochmal eine. Jupp. Okay. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich da draufgehe. Baupläne. Was können wir damit machen? Wenn ich das jetzt kurz zergriff. Hat mittelmäßig effizient. Pfeffer. Na gut. Vielleicht kann ich es auch nur zum großen Ast. Den haben wir doch auch. Hier. Komm. Machen wir einfach. Ich bin ja nicht so. Wir probieren das jetzt einfach aus. So. Ach ne. Moment. Einmal zurück. Ich will mal hier schauen. Wo war es denn? Hier. F-Bauplan. Hier zum Gegenstand. Verstellt. Ach so war das. Okay. Ähm. Hier. Knochenmesser. Platzieren. Und Arbeit. Jetzt da haben wir auch bald hinüber. Der ist schon hinüber. Gut. Also ab im Müll damit. Und zwar in unsere Müllecke. So. Hinzugefügt. Ah. Was machst du denn? Raus damit. So. Was war es, was ich rausschmeißen wollte? Den Hammer. So. Ahem. Okay. Wie ist das, wenn ich noch einen Hammer herstellen möchte? Okay. Hammer. Hier Steinhammer. Oh. Okay. Ah. Großer Ast. Und ich hatte nur einen. Gehst du mal aus dem Weg, Menschenkinders? Was ist das hier? Agavenblatt. Das ist Feuerstein. Massiver Stein. Stein. Okay. Hier ist noch ein großer Ast. Hey. Moment. Habe ich den jetzt genommen? Nein, habe ich nicht. So. Hämmerchen. Wir wollen Hämmerchen herstellen. Wo ist er? Hier. Soll ich den Steinhammer nehmen? Der ist ein bisschen länger haltbar. Es regnet wieder. Perfekt. So. Massiver Stein. Hier nicht. Hier war er. Wenigstens einer. Okay. Dann. Lasst uns mal nach dem hier schauen. Ja. Besser. Und der braucht was? Um verwachen. Naja. Lassen wir stecken. Wir nehmen den. Perfekt. So. Den packen wir auch mal aufs Boot. Ah. Ich sehe schon. Die Folge ist auch rum. Na gut. Schnell zum Boot. Dann noch einmal zurück ins Trockene. Damit wir uns nicht erkälten. So. Hey. Was machst du da? Du gehst doch bitte da hin. Na gut. Lass den Stein ruhig hier. Banane. So. Den Stein machen wir auch nochmal rüber. Die Dinger muss ich irgendwie noch kaputt kriegen. Knochenmesser kommt da rüber. Das lassen wir auch nochmal da. Die Knochen kommen weg. Definitiv. Werkzeugkasten. Wir haben da ja noch ein bisschen Platz. Muss ich hin? Da muss ich hin. Tö, tö, tö. Was erledigt. So. Jetzt sind wir da. Okay meine Freunde. Dann mit Blick aufs offene Meer. Im strömenden Regen. So wie es hier jetzt auch gerade am regnen ist. Schön Gewitter. verabschiede ich mich von euch. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir ja. und ja. Und ja. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles was ihr habt. Und wenn ihr Bock habt. Könnt ihr auch sehr gerne in der nächsten Folge wieder einschalten. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Macht es gut.